Hallo meine Gamer Freunde, wasschönen guten Abendstatt für euch und willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Heys sind draußen, Freunde. Jeder kann sie jetzt downloaden. Und ja, was macht ihr als erstes, wenn dieses Update denn fertig ist? Und zwar, man kann nicht sofort die Heys spielen. Also jetzt wartet mal kurz, Freunde. Ähm, nicht denken, man geht jetzt ins Apartment rein, vorab und man kann sie dann starten. Nein, man muss auf einen Anruf von Lester warten. Also ganz wichtig, weil ich drück die auch immer weg. Aber nein, Freunde, nehmt den ersten Anruf von Lester an und dann bittet er euch ins Apartment von ihm zu kommen. Äh, in dieses Lagerhaus da. Und ja, wenn ihr dann dahin geht, ähm, erzählt er euch erstmal so eine kleine Geschichte. Und ab da könnt ihr dann in euer Apartment reingehen. High-End auf jeden Fall, Freunde. Und dann habt ihr diesen Raum. Also er ruft dann nochmal an. Aber das wird alles auf dem Weg dahin passieren. Aber am Anfang kann das wirklich noch ein bisschen dauern. Also wartet ab, Freunde. Wartet ab. Und dann ruft er an, nimmt es an, fahrt zu ihm. Dann wird er euch danach nochmal anrufen. Und ab da könnt ihr dann die Highs starten. Und, ähm, es wird erstmal vorab nur mit einem Kollegen sein. Ich denke mal, dass dann spätere Missionen zu viert sein werden. Also, wird ja so sein. Also, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Nicht, dass ihr jetzt da vor den Highs steht und dann kann den keiner starten. Das wollen wir natürlich nicht, Freunde. Okay, ähm, an dieser Stelle sage ich danke. Ich muss noch laden und dann sehen wir uns, ja, in meinem Livestream auf Twitch.tv weiß. Let's Play Link in der Videobeschreibung. Ciao.